Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5698. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gerne unterbrechen wir unsere Arbeit für eine kurze gemeinsame Pause. Gerne unterbrechen wir unsere Arbeit für eine kurze gemeinsame Pause. Warum bist du nicht gekommen? Du hattest es doch versprochen. Warum bist du nicht gekommen? Du hattest es doch versprochen. Warum bist du nicht gekommen? Du hattest es doch versprochen. Ich kann den Fehler nicht finden. In der Bedienungsanleitung steht auch nichts dazu. Ich kann den Fehler nicht finden. In der Bedienungsanleitung steht auch nichts dazu. Ich mache seit vielen Jahren Morgengymnastik. Wolfgang schaut zu. Ich mache seit vielen Jahren Morgengymnastik. Wolfgang schaut zu. Ich mache seit vielen Jahren Morgengymnastik. Wolfgang schaut zu. Wir haben es geschafft. Hinten können die Haare noch kürzer sein. Ich finde, das sieht besser aus. Meine Gedanken sind mein größtes Kapital. Ihr Lebenslauf hat uns beeindruckt. Deshalb bieten wir Ihnen diese Position im gehobenen Management an. Ihr Lebenslauf hat uns beeindruckt. Deshalb bieten wir Ihnen diese Position im gehobenen Management an. Treppenlaufen verbessert Ausdauer, Schnelligkeit, Konzentration und Koordinationsfähigkeit. Treppenlaufen verbessert Ausdauer, Schnelligkeit, Konzentration und Koordinationsfähigkeit. Treppenlaufen verbessert Ausdauer, Schnelligkeit, Konzentration und Koordinationsfähigkeit. Lies abwechslungsreich und probiere verschiedene Genres, Autoren und Formate aus. Lies abwechslungsreich und probiere verschiedene Genres, Autoren und Formate aus. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Abwechslungsreich und Charidente Ammung Vielen Dank.